Heute ist es unglaublich. Heute haben wir Jackpot gemacht. Ich denke auch. Manche war super gekämpft, super Fight. Es war ein geiler Spiel auf einem Kampfniveau. Ich sage das spielerisch bestimmt nicht, aber wir haben alles gegeben. Wir wurden einfach belohnt und jetzt belohnen wir uns selbst mit einem schönen Abend. Ich glaube, wenn man das ganze Wochenende verfolgt hat, gestern Riesenkampf. Flensburg sehr souverän, startet heute super. Es sind 7-2 in Führung. Man sitzt dahinter und denkt, oh mein Gott, jetzt verändere mal was. Es muss doch hier irgendwie was gehen. Und dann steht zur Halbzeit 10-10. Alle Vorteile auf unserer Seite. Wir legen vor. Riesenkompliment an die Jungs, was die hier abgeliefert haben unter dem hohen Druck. Das ist ein Spiel voller Knackpunkten. Jeder Angriff wird abwesend wie ein Knackpunkt. Aber nach einem schlechten Start hat uns Heinevetter dann so einen Kick gegeben mit ein paar guten Paraden. Jetzt geht die Party los. Show must go on. gibtsern. spinnen.